Ja und so, einfach mal um 2 noch. Geht doch. Also heute zocke ich mal in Anführungszeichen neues Game, und zwar Warface. Das ist vor kurzem für die Switch rausgekommen. Gibt schon ein bisschen länger, aber jeder, der eine Switch hat, wollte doch über jeden Ego-Shooter, der rauskommt. Gerade der ein bisschen Multiplayer hat und ein bisschen Call of Duty mäßig ist. Ob das wirklich so ist? Ich habe jetzt ein bisschen Coop gezockt. Multiplayer noch nicht rangewagt, gerade weil man die Klassen erstmal freischalten muss. Das kommt dann wahrscheinlich im nächsten Video, aber ich werde jetzt einfach mal eine Runde Coop hier zocken. So einen leichten Einblick in das Spiel bekommen. Was gleich auffällt, man hat einen scheiß Maus-Cursor. Warum wird das nicht direkt übertragen? Ich meine, man spielt auf der Konsole. Okay, erstmal Coop ist ein. Okay, rund die Übungsmission. Guck mal, ob wir da ein paar gute Mates finden und auch die Mission schaffen, weil die sind nicht gerade ohne. Über die Jahrhunderte haben die kostbaren Ressourcen Afrikas dem Kontinent nicht seit Armut beschert. Während die Nationen und Konzerne um die Herrschaft raten, stagnierte die Entwicklung und die Menschen verfahren. Uns geht es nicht um die Ressourcen. Wir wollen den neuesten Parasiten ausschmerzen. Blackwood. Abfahrt. Ich habe gleich erst einen Kill gemacht. Das Spiel sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das basiert auf der Cry-Begion. Kennt jeder, der Far Cry mal gezockt hat? Ja, danke für den Track-Club. Das Spiel ist aber auch heute wieder. Das sieht ja keiner. Einmal das Schrot hier. Das ist ganz mies, weil die Gegner eigentlich nicht so im Endos-Bunder, wo man gerade ist. Ich muss die Sachen einfacher machen. Komm mal einen Granaten-Kill hier. Und ab dafür. Natürlich nicht. Das ist hier noch einer. Das ist ein bisschen aufpassen. Er hat hier. Wir haben immer noch diese Einheiten im Spiel. Und der sieht aus wie Terminator. Aber eigentlich nur ein SMG. Das passt irgendwie nicht ins Setting. Das ist doch eigentlich so... Ja, aktuell oder nicht? Ja, kommt ihr. Von allein geht die Tür nicht auf. Checkpoint. Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen. Ja, das ist locker. Ja, und so. Einfach mal um zwei. Geht doch. Die Miliz greift nur aus der Nähe an. Schaltet sie aus, bevor sie zu nahe kommen. Die kommen immer aus der Nähe, weil die gleich um die Ecke ist. Ja, was soll sowas? Ja, danke. Checkpoint erreicht. Verbrauchstüter wiederhergestellt. Ach, was soll ich denn? Ach, was soll ich denn? Ach, was soll ich denn? Ach, sag mal. Hier, Alter. Ich komme eh hier. Ist völlig drauf. Du schießt nur gegen die Steine. Was soll ich denn? Hier, mal Tür eintreten. Sonst nichts zu tun. Eigentlich wieder Gegner um meine Ecke. Das ist ja meistens so hier. Was macht ihr da? Guck mal, er gammelt da hinten. Das Koop-Spiel. Was soll immer du da vorhast? Ja, aber alle warten auf ihn. Verbrauchstüter wiederhergestellt. Pass auf, dass die Raketenwaffe nicht das ganze Team auslösen. Boah, Raketenwaffe. Die sind mies. Da einmal. So. Ist ja noch ein Rocket Launcher-Typ, Tatsache. Oh. Oh, alle bei Fuß hier. Tunnöger macht Tür auf. Die Tür geht auf. Checkpoint. Wiederherstellung und Wiederbeziehung. Na klar, Tür geht auf. Dann geht es ja. Einfach reinhalten da. Oh, Granate. Ja komm. Ich würde hier auf den Boden liegen. Rein da. Guck mal, wo kam er denn jetzt vielleicht? Da kommt auch welche. Ah. Oh ja. Auf, mir vor die Flinte. Ich glaube, hier war noch einer, ne? Ja. Zwei sogar. Ja, machen wir den Kasten hier aktivieren. Okay. Ja, da kommen sie wieder. Stimmt, wie sind die in Kordoktutie so schießbügel hier. Wupp. Hat er was am Strick? Wo ist denn hier? Ja. Wo ist denn da? So, für den hinterherausfalligen müssen. Nein, das ist leider zu klein. Ah, nicht so akku hier. Ah, Muni, ah, der Kastenbeut. Munition, Gesundheit und Kastrohung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. Super-Time. Das sind fünf Sekunden vorher wieder hergestellt werden können. Mudi. Wow. Komm, einmal ein Granatenkrieg hier. Ja, bei mir. Was ist das los? Ruhe da. Keine Gefangenen. Haut rein da. Shot auf. Ehe hier. Ich weiß nicht, was das soll. So, weiter geht's. Ja. Das war doch noch nicht alles, wie man sie kennt. So, hier, mit Rocket Launcher. Einmal einsatz zählen. Noch mal rechter gehen. Ah, was war das? Ah, was ist denn da runtergefallen? Mit Rocket Launcher auf Tübe? Ich werde gleich das Fass legen. Oh, was war's denn? Oh, wo dieser Kürtkopf oder was das ist? Der Schrauber ist unterwiegend. Auf Evakuierung vorbereiten. Ja. Wie hat sich ihre Landungszone sorgen? Das ist mal besser. Oder sinnvoller. Ich habe mal eingemessert, diese Runde oder so. Das war's für heute. Zeigst du ein wenig Ruhe und der Ruhe. Ja, das war's für heute. Guck dir die Decke an. Was soll so was? So, würde man sagen, Mission ist geschafft. Natürlich, Koop ist nicht so geil, weil gegen Bots macht nicht so Laune. Also nächste Runde auf jeden Fall wird der Multiplayer ausgecheckt und ein paar Gegner gekillt. Also bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.